Er liegt nur noch Startaufstellung. Ok. 1, 2, 1, 6, hier hin. Stellt vor dem, wo die Modelle geht. Hey, Aspektor für der Arbeitsprobe. Super, Krassi, was ist das denn für mich? Und, gell? Pantorin und Pantorin zu Ende. Oh, du bist ganz fertig. Gell, Mama, das sollte eigentlich nähen, nähen. Gell? Ja, du hast nicht geklatscht, deswegen habe ich es nicht zu machen. Jetzt muss die Kurve ausfahren. Und durchstarten. Come on action! Super, Krassi! Boah, das war ganz cool! Jetzt muss der nur noch...